Ich habe dieses Event seit über 20 Jahren in New York gemacht, und dann war es großartig. Aber in Seafeld, mit dem Wetter, mit den World Championships, es ist perfekt. Blow it! Ja, es ist Wahnsinn, was ich hier sportlich geleistet habe. Unfassbare Weite, gestanden, super Haltungsnoten. Und ich glaube, auch wegen mir wird der Anlauf gleich ein bisschen verkürzt. Ja, es ist total lässig, vor allem in der Früh natürlich beim ersten Sprung. Jetzt kein Spundus nicht, aber man schaut schon, wie das Ganze abläuft. Und jetzt muss man ehrlich sagen, da kann man ein bisschen ehrgeizig werden, weil es echt Spaß macht, lustig ist. Und das Ganze für eine gute Sache, das ist halt echt Hammer. Natürlich, das Sportliche, um das geht es in erster Linie, vor allem für den Sportler. Aber wenn man so eine Weltmeisterschaft veranstaltet, gehört auch sowas dazu. Und natürlich darf man gerade da die Schwächsten nicht vergessen. Nein. Bis zum nächsten Mal.